5 Natürliche Weisen, Zahnsteig schnell und effektiv zu entfernen Millionen Menschen haben Zahnsteig auf den Zähnen. Immer wenn sie zuckerhantige, fette oder raffinierte Lebensmittel essen, füllen sie das Auftreten von Zahnsteig auf ihre Zähne. Außerdem, wenn sie eine nicht perfekte Mundhygiene haben, rauchend Kaffee oder Hanko-Hund nehmen, kann sich die Situation nur verschlägt. Es geht nicht nur um die Schönheit, sondern auch um die Gesundheit. Ein Überschutz von Zahnsteig entzündet das Zahnfrei und führt zu zahlfreichen Entzündungen und Blutungen bis zum Zahnsaufwand. Wenn sie von diesen Problemen betroffen sind, sollten sie wissen, dass es natürlich möglich ist, Zahnsteig zu entfernen. Zusätzlich zur richtigen Mundhygiene gibt es einige Lebensmittel, die dazu beitragen, wirksam Zahnsteig zu entfernen. Hier sehen die fünf wirksamen Methoden, um Zahnsteig zu entfernen und ihr Lächeln wird wieder strahlen. Erster, Falkpulver und Wasser, Staubperozys. Diese zwei Zutaten, die erste bleicht die Zähne und die zweite beseitigt die Batterien. Beides dient das perfekte natürliche Heismitteln, um Zahnsteig zu entfernen und zu verhindern, dass sich die Zähne geimpft werden. Nehmen Sie eine kleine Schüssel und fügen Sie 1L per Pumpe, 10g. Dann 1 Löffel Wasser, Staubperozit 5ml zu geben. Gut mischen mit einer Paste entsteht. Legen Sie es auf Ihre Zahnbürste und verwenden Sie es wie Zahnpasta. Putzen Sie Ihre Zähne mit kreisenden Bewegungen. Wiederholen Sie diese Behandlung zweimal pro Woche. Wir wissen, dass manche Menschen mit empflichen Zähnen sich Sorgen machen, wenn sie Wasser, Staubperozit für ihre Zähne verwenden können. Daher empfehlen wir diese zweite Methode. Zweitens, Orangenschale. Die weiße innere Teile der Orangenschale entziehen einige Limonenverbindungen. Die ist ein natürlicher Reiniger, der kompensieren in zahlreicher Reinigungsprodukten für Zähne verwendet wird. Schälen Sie die Orangen und reiben Sie die Innenseite. Lechale an den Zähnen, wobei Sie auf dem Rang des Zahnspeiches konzentrieren. Vergessen Sie nicht Ihren Mund mit warmen Wasserausschuss zu bilden. Es wird verwendet, um erosive Wirkungen-Säuren zu vermeiden. Dritter, Zitronensaft. Bevor wir erklären, wie es verwendet wird, müssen wir Sie daran erinnern, dass Ei übergemischte Verwendung zur kontraproduktiven Auswirkung führt. Die im Zitronensaft enthändene Säure können die Zähne verfilmen, wenn Sie ihn nicht bedienen. Fügen Sie nun in eine Tasse 2 Esdrüfen warmes Wasser, 20 Milliliter hinzu. Als nächstes fügen Sie 2 Esdrüfen Zitronensaft, 20 Milliliter. Gut mischen und den Mund 1 Minute lang mit dieser Lösung ausspülen. Nicht schlucken und die Lösung so lange wie möglich im Mund händen. Zum Sprut spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus. 4. Sesamsamen Wenn Sie Kai-San-Steil wünschen, versuchen Sie die Nährung schmitten zu essen, die an Spilling wirken. Unter diesem Sinn Sesamsamen kauen Sie eine Hand von und putzen Sie dann Ihre Zähne wie gewohnt. Auf diese Weise werden Sie Ihre Reinigungsaktion ausnutzen. 5. Ei Apfen pro Tag Das Entfernen von so steil von den Zähnen ist so einfach wie das Essen eines Affen. Wenn möglich, Michelle essen und rote Apfel nehmen, da die Grünen etwas sauer sind. und dann aluminum in den Zähnen Nahrung Nach dem Essen hilft Ihnen diese künstliche Frucht dabei, ein Lächeln perfekt zu haben. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie den Daumen hoch und teilen Sie es mit Ihren Freunden. Wenn Sie mehr Rezepte und Tee wünschen, abonnieren Sie den Kanal.